4 Strafen für Rentner, die keine Einkommensteuererklärung abgeben. In den letzten Videos haben Sie erfahren, wann Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen und bis zu welchem Datum das geschehen muss. In diesem Video erfahren Sie, welche Strafen Sie erwarten, wenn Sie das nicht tun. Als Steuerpflichtiger können Sie sich grundsätzlich nicht damit herausreden, dass Sie von der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung nichts gewusst haben. Wer die Kriterien für eine Pflichtveranlagung erfüllt, die meisten Rentner tun das, der muss ohne Aufforderung von sich aus dem Finanzamt die Einkommensteuererklärung fristgerecht abgeben. Tun Sie das nicht, droht Ihnen ein Zwangsgeld. Bei der Höhe des Zwangsgelds kommt es auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an, aber auch darauf, wie Sie in der Vergangenheit Ihren steuerlichen Pflichten nachgekommen sind. Bei der ersten Androhung eines Zwangsgelds wegen Nichtabgabe einer Steuererklärung setzen die Finanzämter das Zwangsgeld meist zwischen 50 und 500 Euro fest. Maximal kann das Zwangsgeld aber auch 25.000 Euro betragen. Das Zwangsgeld kann mehrfach festgesetzt werden, so lange bis Sie Ihre Steuererklärung abgegeben haben. Zweitens der Verspätungszuschlag. Kommen Sie Ihrer Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht fristgerecht nach, droht Ihnen ein Verspätungszuschlag. Also wenn Sie Ihre Steuererklärung zwar abgeben, aber eben zu spät. Der Verspätungszuschlag wird automatisch festgesetzt und beträgt 0,25% der Steuernachzahlung, mindestens jedoch 25 Euro je angefangenen Monat der Verspätung. Auch hier der Verspätungszuschlag kann maximal 25.000 Euro betragen. Dritte Strafe. Geben Sie trotz Aufforderung keine Steuererklärung ab, kann das Finanzamt Ihre Einkünfte schätzen. Eine Aufforderung kann zum Beispiel die Zwangsgeldandrohung sein. Da steht sinngemäß drin, geben Sie bis zum Sohn zu fehlten Ihre Steuererklärung ab, sonst müssen Sie x Euro Zwangsgeld zahlen. Wenn das Finanzamt Ihre Einkünfte schätzt, erfolgt das in der Regel nicht zu Ihrem Vorteil. Aber einfach ins Blaue hinein darf das Finanzamt auch nicht schätzen. Meist werden die Beträge des Vorjahres angenommen. Die Schätzung Ihrer Einkünfte durch das Finanzamt entbindet Sie übrigens nicht von der Abgabe der Steuererklärung. Diese müssen Sie also dann trotzdem noch abgeben. Vierte Strafe. Steuerhinterziehung. Abgekürzt, wer die Finanzverwaltung pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, begeht Steuerhinterziehung. Demnach kann auch die Nichtabgabe einer Steuererklärung unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerhinterziehung sein. Und das zieht die entsprechende Bestrafung nach sich. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem Video haben Sie die Konsequenzen gelernt, die Ihnen drohen, wenn Sie eine Einkommenssteuererklärung abgeben müssen und dies nicht oder nicht fristgerecht tun. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihnen eine gute Zeit. Ciao.